Hallo, hier ist Ronja und wir gucken uns heute an TikTok Zerstörte mein Leben, weil super viele von euch sich das in den Kommentaren von meinem letzten oder vorletzten oder wann auch immer, ähm, sich das gewünscht haben. Falls ihr diese echt passiert Videos nicht kennt, ich hab ne ganze Playlist davon, ich verlinke die euch in der Endcard und hier oben bei der Infobox nochmal, dann könnt ihr euch die anschauen und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht drumrum und fangen an und finden heraus, warum TikTok das Leben von dem armen, blonden Mädchen hier zerstört hat. Eine Schwester im Leben zu haben bedeutet, dass es eine Person gibt, die immer deine Kleidung, dein Make-up und deine teuren Schönheitsprodukte stiehlt, für die du ein Vermögen ausgegeben hast, aber ihr habt kein Problem damit, weil ihr diese Person so sehr liebt. Okay, ich wollte grad sagen, sie ist schon ihre Schwester nicht so zu mögen, aber okay, meinetwegen. War meine Schwester aber das wertvollste, was ich habe und es endete damit, dass ich ihr Leben dafür ruiniert hab. Hi, mein Name ist Sam. Was für ne Einleitung! So, ja und dann habe ich ihr Leben ruiniert. Hi, mein Name ist Sam. Eine jüngere Schwester namens Kelly. Als wir jung waren, standen Kelly und ich uns sehr nah, aber das änderte sich, als wir erwachsen wurden und ich hätte ihr fast ihren Tod gebracht. Holy, okay, ich dachte, du ruinierst ihr Leben im quasi, man sagt's nur so Sinn, so ich hab was Schlimmes gemacht, sie hat ihre Freunde von, sie wäre fast gestorben. Größte Feindin und die Person, die ich am meisten hasste. Why? Mit der Zeit veränderte sich Kelly. Sie wurde zu einem Monster, aber bevor ich euch erkläre, wie es dazu gekommen ist, drückt bitte den Abonnieren-Button. Ich hab gehört, dass es vor Albträumen bewahrt. Im Alter von 16 wurde Kelly eine berühmte Instagram-Bloggerin. Sie hatte ihr eigenes Geschäftskonto und viele Follower. Holy, 4,3 Millionen Follower. Kelly, bei der läuft's. Bei der läuft's richtig. Damals, als ich mir nichts dabei dachte in der Annahme, dass sie nur eine Bloggerin war, die berühmt werden wollte, hatte ich keine Ahnung, dass dies meines Lebens ruinieren würde. Ja, sie war ja schon berühmt. Sie machte ein Vermögen damit und deshalb war sie für meine Familie die perfekte Tochter, während ich das Gegenteil war. Ich war 18 Jahre alt, mit den schlechtesten Schulnoten aller Zeiten, während sie klüger, hübscher und natürlich reicher war. Meine Eltern waren sehr stolz auf sie, was mich eher zu einem Möbelstück in unserem Haus machte. Ich glaube nicht mal, dass sie noch an meinen Namen sich erinnern würden. Er ist kein gutes Deutsch, junge Dame. Ich verstehe, warum du schlechte Noten in der Schule hattest. Kelly war die ganze Welt, besonders als sie ihnen half, ein neues, luxuriöses Haus zu kaufen. Alter, bei Kelly, 16 Jahre, überleg mal. Natürlich nicht nur sie, sondern auch alle anderen. Obwohl meine Eltern sie besser behandelten, habe ich mich für sie gefreut, denn sie ist meine Schwester und ich wollte, dass sie Erfolg hat. Siehst du, ja, danke. Was für mich ungeheuer hat, ist, dass sie mich als ihr Spielzeug benutzte, um berühmter zu werden. Und damit meine ich, dass sie anfing, mich vor allen Leuten zu demütigen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. Wait, what? Es gab zum Beispiel einmal, als sie mir eine Tasse heiße Milch mit Oreos machte. Sie ersetzte die Füllung der Oreos durch Zahnpasta und filmte mich dabei, wie ich sie aß. Ich hätte fast vor allen gekotzt. Sie hörte sogar auf, mich beim Namen zu nennen und nannte mich stattdessen Kartoffelkopf, weil ich faul war und schlechte Noten hatte. Ich meine, aber so sind 16-Jährige, oder? Würdest du gerne vor 4,3 Millionen Followern Kartoffelkopf genannt werden? Wahrscheinlich nicht, ja? Ich auch nicht. Aber, ich meine, es ist ihre Schwester, aber es ist ja quasi aus Spaß. Es ist jetzt nicht, also ich würde jetzt meine Schwester nicht umringen wollen deswegen, ne? Was ich am meisten hasste, war, als mein Schwarm Daniel, der zwei Jahre älter war als sie, zum ersten Mal in meinem Leben auf mich zukam und mich fragte, ob sie zu einem Date verkuppeln könnte. Oh. Ich war untröstlich. In diesem Moment wusste ich, dass ich ihm bei einer Million Jahren keine Chance mehr haben würde. Und so sagte ich ihm, mach es dir selber, du Freak. Ich bezweifle, dass sie mit einem Verlierer wie dir ausgehen will. Und ich glaube nicht, dass er sich nach dem, was ich gesagt habe, noch mit mir verabreden will. Nice. Ich meine, es ist auf jeden Fall nicht deine Schuld, dass Leute dich nicht mögen. Lass dir das echt nicht einreden. Das, mm-mm, wirklich nicht. Super sympathischer Mensch. Er war wirklich wütend. Ich habe ihn vor seinen Freunden in Verlegenheit gebracht. Jetzt wird er mich für immer hassen. Auf Wiedersehen, Hoffnung und zukünftige Ehemannsziele. Nun, ich denke, dass ich so an deine Eltern bin. Auf Wiedersehen, zukünftige Ehemannsziele. Man kennt es. Ein Kleid für meine Katzenparty-Strecken. Denn für alle war ich nur Sauerstoffverschwendung. Zwei Jahre später wurde meine Schwester berühmter. Ich fand einen Teilzeitjob und blieb ein Niemand. Doch plötzlich änderte sich alles. Ich war in einem gewaltigen Schock. Es war, als hätte mir das Glück endlich zugelächelt und alles auf meine Seite gekehrt. Im McDonalds. Beim Teilzeitjob. Nun, es fing alles an, als Regina George plante, einen Livestream auf ihrer Seite zu haben. Das ist auf jeden Fall, ja, also lasst euch, das ist wirklich, das ist eine echt passierte Geschichte. Vor allem die Namen 100% akkurat. Ja, auf keinen Fall ist das ein freierwundener Name. Regina George plante, einen Livestream auf ihrer Seite zu haben. Frech. Frech. Ging sie zu ihrem Friseur. Ach, sie ist so eine Angeberin. Ich ging in ihr Zimmer. Was hast du denn jetzt gegen Regina? Was ist, was ist ihre Schuld? Ich meine, deine Schwester, okay, wir verstehen, du hast deine Schwester. Was hat Regina getan? Ich hasse es, ja, die führen immer neue Charaktere ein. Keiner weiß, wer die sind. Hoodie. Sie wusste, dass ich diesen Hoodie liebe und sie hat ihn immer gestohlen, um mich zu ärgern. Deine Schwester jetzt. Während der Suche nahm ich mir ein paar Momente Zeit und starrte auf ihre Ausrüstung. Ich konnte die Person, die sie wurde, einfach nicht ausstehen und plötzlich fing ich an, sie nachzuahmen. Ich weiß nicht, was mit mir geschehen war, aber ich wollte mich einfach nur über sie lustig machen. Also setzte ich mich auf ihren Stuhl und tat so, als wäre ich sie und schaltete versehentlich die Live-Übertragung an. Jetzt weiß ich wirklich nicht, wie das passiert ist. Ich interessiere mich nicht für soziale Medien und hatte wirklich keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Ja, das war, das ist so eine Ausrichtung. Das ist ja, das war pure Absicht, war das. Pure Absicht. Ja, ich wusste wirklich, das ist wie wenn du beim Among Us spielen erwischt bist und du bist auf der Leiche und du bist so, ja, ich bin der Einzige, der da war. Aber ich weiß wirklich nicht, wie das passiert ist. Ich habe es auf jeden Fall nicht selbst reportet. Vor allem, also, ich weiß nicht, was der Punkt ist. Freu dich doch für deine Schwester, wenn deine Schwester crazy berühmt ist. Meistens ist es doch, dass dann das Geschwisterkind genauso auch berühmt ist im Endeffekt. Wenn die ihren eigenen Instagram machen würde, einen eigenen YouTube-Kanal oder sonst was, dann wäre die doch, also, dann hätte sie doch das Gleiche. Dann musst du doch nicht bei McDonald's arbeiten, dann mach doch das Gleiche wie deine Schwester. ... und machte mich auf ihrer eigenen Seite über sie lustig. Als sie benachrichtigt wurde, dass sie live war, eierte sie so schnell wie möglich nach Hause, platzte wie ein tollwürdiger Hund in mein Zimmer und stieß mich weg. Ich hatte keine Ahnung, was hier vor sich ging, also schob sich sie zurück und schrie sie an. Und wir gerieten vor der Kamera in einen riesigen Streit, genau wie bei den Kardashians, aber das hier war überhaupt nicht beabsichtigt. Natürlich haben meine Eltern mir die ganze Schuld in die Schuhe geschoben und dafür bestraft, dass ich fast die Karriere meiner Schwester ruiniert hätte. Was heißt denn ruiniert? Du warst auf einem Blei... also, komm schon. ... gingen sie zu ihr, um sie zu trösten. Denn sie war wütend über das, was passiert war. Ich war wütend über diese Diskriminierung. Aber nach diesem Tag gescheit ein Wunder. Das Video verbreitete sich und wurde tonnenweise gesehen. Die Leute mochten es von Anfang an und lachten darüber, wie ich Kelly imitierte. Erstmal, das ist ein reiner Quatsch. Wenn du live streamst, ja, dann kannst du danach entscheiden, ob das Video hochgeladen ist oder nicht. Wenn die Schwester sagt, das ist Quatsch und die will das nicht im Internet haben, dann kann die Schwester einfach einen Knopf drücken und das Video ist weg. Ich bin berühmt geworden. Plötzlich fingen die Leute an... Du bist auch so berühmt geworden. ...und wollte nur von meinen Videos haben. Doch Mrs. Perfect weigerte sich einfach, mich jemals wieder zu erwähnen. Ich habe versucht, sie davon zu... Mach dein eigenes! Du bist doch nicht abhängig von deiner Schwester! Mach doch dein eigenes! Die macht mich wütend. Ich hoffe, die hat kein gutes Ende. Aber sie machte sich nur über mich lustig und weigerte sich. Deshalb beschloss ich, es auf meine Weise zu machen. Und was ich als nächstes tat, veränderte mein Leben für immer. Halleluja! Ich schuf meine eigene Seite. Ich habe das Video drauf gepostet, aber niemand wusste davon. Deshalb habe ich einen Hacker angeheuert und ihr Konto gehackt. Ich inserierte meine neue Seite auf ihrem Konto und bat ihre Follower, meiner Seite zu folgen. Und ich erklärte, dass ich beschloss, mehr Videos zu veröffentlichen, die andere Leute wie Prominente und Blogger imitieren. Aber nur zum Spaß. Ohne dabei natürlich zu weit zu gehen. Und ihr würdet nicht glauben, wie meine Seite ein Hit wurde. Das Video stand in Flammen und hatte tonnenweise Aufrufe. Ich traute meinen eigenen Augen nicht. Als meine Schwester von der ganzen Sache erfuhr, rastelte sie aus. Sie drohte mir, wenn ich nicht zurückziehe, dann wird sie mein Konto schließen und ich werde es beruhigen. Wie soll sie denn ihr Konto... Ich verstehe diese Dynamik nicht. Irgendwas stimmt da ganz... Also irgendwas in der Familie. Das ist richtig schief gelaufen. Aber sie wusste auch, dass ich fast alle Follower auf meiner Seite habe und dass ich auch... ihr perfektes Image ruinieren kann. Tatsächlich habe ich ihr gedroht, live zu streamen, ohne dass sie es merkt und den Leuten ihre wahre Identität zu zeigen. Seit diesem Tag zog sie sich zurück. Ich arbeitete weiter an meiner eigenen Seite und glücklicherweise wurde sie von Tag zu Tag berühmter. Ich brannte vor Eifersucht. Die Zeit verging und ich verging das zu des Geld, kaufte meine Eltern nagelneue Autos und bekam ihre Aufmerksamkeit. Mein Leben stellte sich auf den Kopf und die Leute fingen an, mich zu bemerken. Das alles hättest du vorher machen können. Ohne Probleme. Du hättest dich nicht mit deiner Schwester verbeefen können. Du hättest sagen können, hey, weißt du was, meine Schwester macht das, ich mach das, es ist cool. Es läuft bei uns beiden gut. Man kann sich gegenseitig quasi positiv erwähnen und du kannst deinen gleichen Kram machen und dann ist alles gut. Aber nein, stattdessen machst du, was du tust. Ich werde mich wieder schließen. Mich endlich und ich hatte viele Fans und Freunde, die mir das Gefühl gaben, etwas Besonderes zu sein. Ich begann mich an eine solche Behandlung zu gewöhnen. Ich wurde besessen. Ja, ich hatte das Gefühl, dass es eine Art Wettbewerb zwischen mir und Kelly gab. Und wer mehr Erfolg hat, bekommt mehr Aufmerksamkeit. Obwohl ich wusste, dass die ganze Aufmerksamkeit unecht war, habe ich es geliebt. Deshalb musste ich sie zu Fall bringen. Ich wollte sie zerstören. Warum haben die keine Augen mehr? Also, ist das eine bewusste Entscheidung? So, ja, okay, wir haben 5 Euro, um den Animateur zu bezahlen, der dieses Video macht. Ja, für 5 Euro sind keine Augen drin. Ja, ist nicht schlimm. Wir haben nur 5 Euro. Hier, mach. So, ich schuf gefälschte Konten und hetzte die Leute gegen sie auf. Davor die Augen habe ich mir auch nicht so der Brecher. Und deckte ihre Fehler auf. Ihre Seite, leidend zu sehen, machte mich noch besessener von meinen. Ich wurde immer wütender, wenn jemand schlechte oder gemeine Kommentare zu meinen Beiträgen schrieb. Und schaute sofort auf Kellys Seite nach, um zu sehen, ob diese Person einer ihrer Fans war. Früher wachte ich zweimal pro Nacht auf, um meine Seite zu checken. Ich verbringe Stunden damit, jeden Beitrag zu reparieren und zu perfektionieren, bevor ich ihn hochlade. Und versuchte zu erraten, wofür die Leute ihn kritisieren könnten. Aber in welcher Welt ist WhatsApp denn ein Beitrag, der perfektioniert, optimiert, durch 100 Screenings gelaufen ist? Was? Ich habe das Leben meiner Seite gewidmet und bin wie ein wildes Tier verrückt geworden. Ich war die ganze Zeit besorgt und wurde besessen davon, neue Produkte zu kaufen, mich plastisch operieren zu lassen und mich auf mein äußeres Erscheinungsbild zu konzentrieren. Ich gab ein Vermögen für diese Dinge aus. Ich konnte einfach nicht aufhören. Und an dem Tag, als ich mehr Follower hatte als Kelly, ging ich in ihr Zimmer, sah sie grinsend an und sagte, Nun, Schätzchen, sei nicht traurig. Es ist meine Zeit zu glänzen. Du musst doch kein Arschloch sein. Nicht meine Entschuldigung. Aber was ist denn das? Also das ist... Ihr seid doch Geschwister. Warum hast... Was hat sie denn falsch gemacht? Sie hat doch nichts getan. Was ich eigentliche war, dass sie mich ansah und sagte, Viel Glück, Schatz. Du weißt, dass alles Konsequenzen hat. Ich war irritiert. Knallte die Tür zu und ging in mein Zimmer. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, an einem Ort zu wohnen, der ihr gehörte. Also kaufte ich ein neues, teures Haus und sagte ihr, sie soll ihrs behalten. Meine Eltern waren überwältigt von meiner neuen Villa. Sie beschlossen, bei mir einzuziehen. Kelly blieb bei ihr und weigerte sich, in ein neues Haus zu kommen. Ich konzentrierte mich mehr auf meine Seite und begann neue Videos zu drehen, wie Prominente imitieren. Meine Videos wurden viral und meine Seite wurde von Tag zu Tag populärer. Deshalb bezahlten mir die Unternehmen gutes Geld, um für ihre Produkte zu werben. Und mein Geschäft begann, immer mehr zu wachsen. Wieso steht auf der TikTok-Packung TikTok? Eines Tages hörte ich, dass alle Unternehmen, die für meine Schwester geworben hatten, den Kontakt zu ihr abbrachen. Ihre Seite begann an Berühmtheit zu verlieren und sie begann, finanziell zu leiden. Da ich das wusste, versuchte ich, sie davon zu überzeugen, zu mir zu kommen und bei mir zu leben. Schließlich ist sie meine kleine Schwester. Aber sie weigerte sich. Sie dachte, ich wolle mit meinem Erfolg prahlen und sie erniedrigen. Nach einer Weile hörte ich, dass sie ihr Haus verkauft hat. Ich fühlte mich schuldig, als ich die Nachricht hörte und versuchte, sie zu kompetieren. Also dann ist die Schwester einfach nur schlecht mit Geld. Das tut mir leid. Aber du verlierst doch nicht den... Also nur weil du kein neues Geld reinkriegst, verlierst du doch nicht deine existierenden Sachen. Und sie kriegt ja trotzdem noch was rein. Sie hat ja Millionen an Followern. Sie wird schon noch gut verdienen. Aus. Ich konnte sie nicht erreichen. Ich schickte ihr ein paar Nachrichten, aber auf ihrer Instagram-Seite antwortete sie auch nicht. Eines Tages wachte ich in einer Katastrophe auf. Es gab einen Hackerangriff, voll mit gemeinen und demütigenden Kommentaren. Ich sah schreckliche Videos, die auch privat verschickt wurden und mich bedrohten und beschuldigten, das Leben meiner Schwester zu ruinieren. Ich wurde wahnsinnig, als ich alles sah, was passierte. Ich bin wahnsinnig, wenn ihr nochmal einen Charakter ohne Augen malet. Was soll denn das? Ich war schockiert und gleichzeitig verängstigt. Zuerst dachte ich, es sei Kelly. Aber nach einer Weile war ich überzeugt, dass sie es nicht war. Außerdem habe ich eine Weile nichts von ihr gehört. Meine Eltern auch nicht. Ich fing an zu glauben, dass sie etwas zugestoßen war und sie verschwand. Was ich am besorgniserregendsten finde, ist, dass die Eltern einfach komplett... Also denen ist das voll egal. Die sind so, ja, meine Tochter, die hat ihr Haus verkauft, die hat kein Geld mehr, die lebt wahrscheinlich unter einer Brücke. Keiner weiß, wo sie ist. Wir haben nicht versucht, sie anzurufen. Ja, sie ist jetzt halt weg. Die Eltern sind das wahre Problem hier in der Geschichte. Tun wir mal nicht so. Die Leute versuchten, sie zu kontaktieren, aber niemand wusste, wo sie war. Deshalb beschlossen meine Eltern und ich, sie bei der Polizei als vermisst zu melden. Wochen vergingen und sie fanden sie nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sie ihr Haus verkauft hat. Ich fühlte mich tagelang schrecklich. Immer wieder das Schlimmste vor, obwohl meine Schwester und ich uns in letzter Zeit nicht mehr so nahe standen, weinte ich seit ihm Verschwinden jeden Tag. Die Hassgefühle, die wir hatten, waren nur vorübergehend. Etwas, das man fühlt, wenn man von jemandem, dem man liebt, gereizt wird. Ich dachte jeden Tag an sie und erkannte schließlich, dass ich allen erzählen sollte, was ich getan hatte, obwohl ich wusste, dass es harte Konsequenzen haben würde. Und ich erinnere mich dann, dass es mir egal war, wann sie mich davor gewarnt hatte. Ich wollte nur, dass sie zurückkommt. Also sammelte ich meine Kräfte und tat das Unvorstellbare. Ich stellte ein Video auf meine Seite, in dem ich meiner Schwester gestand, dass ich ihr angetan hatte. Ich sprach über meine Besessenheit von meiner Schwester und all die gefälschten Berichte und meinen Kampagnen, die ich gegen meine Schwester gefühlt habe. Ach du, du hast straight up einfach... Okay, okay, ich dachte, sie exposed so ein bisschen ihre Schwester, erzählt, wie sie wirklich ist. Sie hat einfach Sachen erfunden, das ist frech. In diesem Video habe ich zum Ausdruck gebracht, wie schuldig und beschämt ich mich fühlte. Ich entschuldigte mich bei meiner Schwester und bat meine Follower, mit ihrer Suche zu helfen. Ich erklärte, dass sie nach den Geschehnissen verschwunden sei und dass ich sie zurückhaben möchte. Als das Video veröffentlicht wurde, erhielt es die höchste Bewertung. Es hatte tonnenweise Aufrufe, aber grobe Konsequenzen. Viele Leute entfolgten mir, schrieben gemeine Kommentare und schätzten mich falsch ein. Einige gaben sogar schlechte Geschichten und Gerüchte über mich. Es gab jedoch einige Leute, die versuchten zu helfen, aber auch nichts fanden. Ich begann die Hoffnung zu verlieren. Ich war mir sicher, dass meine Schwester etwas zugestoßen war, denn sie hat sich noch nicht bei mir gemeldet und mein Video wurde fast von allen gesehen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es sie erreicht hat, wenn es ihr gut geht. Monate vergingen und es gab kein Zeichen für meine Schwester. Monate ver... Alter, was ist mit der Polizei? Also warum finden die nichts? Eines Tages, als ich durch die Nachrichten blätterte, fiel mir etwas Seltsames auf. Da war eine Nachricht, die so gemein war, als hätte Kelly sie geschrieben. Und was mich noch misstrauischer machte, war, dass der Absender mich Kartoffelkopf nannte. Ich hatte Gänsehaut, als ich es las. Ich wusste, dass mit dieser Nachricht etwas nicht stimmte. Und so führte ich meine eigene Untersuchung durch. Ich rief meinen genialen Hacker an und hackte die Seite des Absenders. Und was ich fand, machte ich wahnsinnig. Dieser Typ namens Joss war einer der Fans meiner Schwester. Alter, das ist so schlecht. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt in der letzten Minute rapide schlechter geworden ist. Die Synchro ist richtig, richtig bad. Du hast diese langen Pausen zwischen den einzelnen Blöcken und sie liest das jetzt einfach schnell vor. Und wenn sie was vorliest, dann verhaspelt sie sich die ganze Zeit. Ich meine, was soll denn das? Ich schaffte es, die Nachrichten zwischen den beiden zu lesen. Nachdem sie ihr Haus verkauft hatte, zog sie in seine Wohnung und lebte mit ihm zusammen. Ich konnte nicht glauben, dass Kelly so etwas tun würde. Ich meine, dass etwas so schrecklich ist, lieber mit einem Fremden als in einer Schwester zusammenzuleben. Aber ist der wirklich so fremd? Kennst du den ja vielleicht irgendwann? Ihr Ego hat sie einfach verrückt gemacht. Ich bin konfust. Als ich die Nachricht, die Josh mir geschickt hatte, noch einmal las, fühlte ich etwas Ungewöhnliches. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Kelly meine Hilfe brauchte und ging direkt zur Polizeiwache. Ich zeigte ihnen die Nachrichten, sagte ihnen, was ich gefunden hatte. Das Hacken habe ich allerdings nicht erwähnt. Die Polizei fand seine Adresse und wir machten uns auf den Weg. Seine Nachbarschaft war super gruselig. Wie kann es denn sein, dass du das findest und die Polizei nicht, wenn die seit Monaten an dem Fall dran sind? Seit Monaten. Als Josh die Polizisten sah, weigerte er sich, die Tür zu öffnen. Also brach die Polizei in seine Wohnung ein. Okay. Als wir das Haus betraten, fiel mir die Kinnlade runter. Seine Wohnung war voller Bilder von Kelly. Produkte, für die sie Werbung machte und sogar Sachen, die sie benutzte. Dieser Typ war besessen von meiner Schwester. Die TikToks, man kennt sie. Während die Polizei ihn beobachtete, machte ich mich auf die Suche nach Kelly. Und schließlich fand ich sie in einem kleinen Raum eingesperrt und sah schrecklich aus. Sie zitterte. Ich rannte auf sie zu und umarmte sie ganz fest. Sie weinte. Nach diesem Tag wurde sie gehaftet. Es stellte sich heraus, dass er geisteskrank ist und seit Ewigkeiten von Kelly besessen war. Okay. Als er es endlich schaffte, mit ihr zu sprechen, dachte sie, es ist ein toller Kerl und zog zu ihm. Wie passiert das? Das ist so ein Quatsch. Es ist so ein Quatsch. Als er sie jedoch in seinem Haus hatte, schloss er sie ein und trennte sie von der Außenwelt und wollte sie nur für sich selbst. Du ziehst doch nicht zu jemandem, den du gerade kennengelernt hast. Er war ein Kontrollfreak. Er wollte meine Schwester einsperren. Eines Tages zeigte er ihr aber mein Video und sie konnte ihn davon überzeugen, diese Nachricht zu schreiben. Er schrieb genau das, was sie ihm sagte. Und das half mir, sie zu finden. Sie ist schließlich die Klügste. Als meine Eltern und ich ins Krankenhaus fuhren, um nach ihr zu sehen, kam ich näher, um sie noch einmal zu umarmen und mich persönlich bei ihr zu entschuldigen. Sie ging jedoch zurück und sagte, Ich habe dein Video gesehen. Das war genauso naiv wie du. Glaubst du nicht, dass ich dir verzeihen werde, nur weil du das Leben gerettet hast? Ich lächelte und antwortete, wenigstens hat es mir geholfen, dich zu finden. Und du bist jetzt in Sicherheit. Sie trug ein verborgenes Lächeln. Ja, du Kartoffelkopf. Jetzt plant Kelly, aufs College zu gehen, da ich mich für den Schauspielunterricht beworben habe. Denn seien wir mal ehrlich, das College wird für mich ein bisschen überbewertet. Und das Wichtigste ist, dass wir wieder dabei sind, uns gegenseitig Kleider und Make-up zu klauen und damit fertig sind, Follower zu stehlen. Aha, was für eine tolle und auf jeden Fall nicht frei erfunden Geschichte. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal. Also passt hier keine neuen Videos mehr. Ich uploade quasi jeden Tag, also nicht ganz jeden Tag, aber fast. Ja, nah dran. Quasi, also 5 von 10 Tagen. Ne, was? 5 von 7 Tagen, so die Woche hat nicht 10 Tage. Falls ihr das letzte, der ich passierte Video noch nicht gesehen habt, ist das hier in der Endcard-Verlink, dann könnt ihr euch das angucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.